Dann müssen wir mal ganz schnell hier hin Würfen wir dann drunter rein Münzen in den Brunnen werfen, Nachforschungen in den Brunnen spielen Na fantastisch Und da ist nichts Am Eimerse herunterklettern, damit sie herunterwerfen und weggehen Jetzt holen wir uns nämlich das Das Kristallchen Was es noch für das Buch fehlt Was das Dario im letzten Tod aufgesammelt hat Ein Großschwert Ist der Korbler in den Händen leer Vielleicht interessiert Da ist nichts drin Na fantastisch Das haben die Spinnen gedruckt Oh je Der hätte mal ein bisschen vorsichtiger vorgehen sollen Am besten Wir sind hier glaube ich sehr schlecht positioniert Im Geh, versuch es zu überleben Die Spinnen haben hier gebohnt Hasen, Spinnen Auf den Weg Ich hab was auch immer das sein soll Ich werde nicht geben Licht an meinen Fahnen Ich mache einen Wird mal eine lange Rast machen sollen Aber gut Die anderen sind da drüben, die erreichen wir nicht Wo kann ich die denn nicht erreichen? Das ist dumm Das ist ja am besten unverschenkt Nicht schlecht Ja Ja Sag mal warum erreiche ich die denn nicht? Vielleicht unter der Stier Auch noch ein 4 Schlag Das ist noch ein zweit kleine Spinnen Das wird gleich noch eine große geben Vielleicht können wir gleich in der Runde noch eine lange Rast machen Das wird gleich noch eine lange Rast machen Die Leute rollen in meinem Favorit Der schlimmste Nachtmache Äh, was? Gut, bitte gehen Ja Gut, bitte Gut, bitte Gut 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 I will my path be true. Nothing will stand in my way. Und viel stark. Sehr schön. Sehr schön, dann kommen wir zusammen. Ein bisschen Lupen. Nein, die haben nichts wirklich Wichtiges. Kommen die beiden auch nach. So, kann ich kurz mal... ...und dann gerast. Haben wir nötig. ...und dann gerast. ...und dann gerast. ...Kill, Goldkill. ...Kill. ...bestreibt den in unserem Lager. ...und dann urtsch, Ding. ...Hark. ...ein Kamp. ...ein Hogmer Willing. ...eine freundliche Gesichter. ...Wer ist das und wo kommt der Herr? Sie her. ...und wer seid hier? Es ist gefährlich da draußen allein zu reisen. ...und wer seid hier? Es ist gefährlich da draußen allein zu reisen. ...unsere First List Platz. Hier seid ihr sicher. ...und könnt nicht bleiben. Für Schwächlinge habe ich keine Zeit. ...undsansicht. ...Kill Großlang. ... the Songbook Affairs in the Ancient Abeer Songs of Draconic Love. ...If I make it to Baldur's Gate with my manuscript, that is. Ich weiß, es ist nicht die erste Mal, dass ich mich verletzt habe. Ich bin nur glücklich, dass ich nicht verletzt habe. Ich werde nur eine Nacht bleiben. Das ist das Interessante Thema, warum nicht? Ich meine, warum nicht? Ich kann noch nicht wirklich ausprobieren. Und du bist nicht in deinem Bett. Du stehst vor einem Körper, der in einem Staten, in der Höhe, völlig außer Rekognition. Das Körper dieser schrecklichen Mädchen, die für nichts mehr als eine Nacht für Schutz. Das Körper, ihr Blut verletzt sie. Und ihre Wärmung fühlt sich als die Erinnerung eines alten Freundes. Du erinnerst nichts davon, wie du hier endet. Aber deine Kopf schlägt und schlägt. Die Intelligenz verzeiht wird versuchen, sich an irgendetwas zu ändern. Nachforschung, nicht Umgebungen, Untersuchungen, Erklärungen suchen. Im Gleichen kann man irgendetwas damit geschehen. Nichts egal, wie es erscheint. Das Körper ist dort. Und ihr Blut ist auf deiner Hand. Die Frage fließt durch deine Geist. Wer bist du wirklich? Ich kann es nicht beweisen. Es ist so ein bitteres Geschäft. Und wahrscheinlich bin ich es gewesen, aber... Ja, ähm... Diesen Herr dich tot bewundern und dich mit den Parasiten verbinden, ist das... Ist er dafür verantwortlich, dich weigern zu glauben, dass das dein Werk ist. Irgendwas anderes denken, das willst du lieber gar nicht wissen. Ich frage, welcher Fluch den Ernst steckt, dass du im Schlaf tötest. Aber das geht nicht. Es ist eine große Erfahrung, nein. Bist du damit zu erinnerst, dass du ein Blut wirst. Er will, wenn du sie uns nicht beherrschte, Beide, wo der, wo, warte, dass dieser Weiterte kam hast. Wenn du nur dich besser wundervollst. Du nicht bekommst nicht mehr Zeit für die Reflexion. Du musst zeigen. Du kannst nur adaptieren. Du kannst nur eine Zeit nachdenken, bevor die andere wundervieren. Und beginnst zu schüt ende, die so in deinem Verzegen nehmen, Dich nach der nächsten Wasserstürmsehnung das Blut abzuwaschen. Ähmlichkeit versuchen, dich leicht zu verstecken. Ich will die Konfrontation mit der Gruppe bereit machen. Du wirst dich nicht verstecken und weiter schlafen. Plus drei, das wird schon schief gehen. Das Blut abzuwaschen ist nicht der erste und bestimmt auch nicht der letzte. Oh, ein Kratzer. Du arme Sau. Spannkühle. Mit den blutigen Händen. Der blutige Stille. Ein Jute Sack. Ich verlasse noch mal das Nager. Das war so vorhersehbar. Eine Person, die im weiteren, die bisher noch keinen, eine Rolle gespielt hat. Und wahrscheinlich auch nicht führt. Und jetzt extra ein Dark Urge dazu kommt. Tja. Ich versuche dich zu und noch immer weiter zu laufen. Und komm mit den Karten. Hm, Tranker geht. Andere links. Ah, ja. Ich fühle grusam, finde ich mich. Ich fühle grusam, stärker zu werden. Oha. Vielleicht kann man die Überraschung sein dürfen. Ich hoffe, das endet gut. So viel dazu. Ich bin Materialchen. Okay, ist jetzt schon wieder halb tot. Okay, was machst du denn? Okay. 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 Ich höre mal, Geld ist überlebt. Ich bin jetzt getrunken, oder was? Okay. 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 In dangerous NATO, ich sage das knallig war. Erin, also kann ich hier aufhören. Ich hoffe, die kommt hier rüber. Und die kleinen Sprünchen. Das ist schwierig, denn der tut es dir wahrscheinlich nichts zur Sache. Okay, der ist schon wieder im Sterben. Das erste Mal an diesem Wand. Also schon wieder so ein bisschen. Ah, durchfüllt. Ich kann ihn nicht auf dem Netz machen. Daher ist etwas unsinnig. Gar nicht schlecht. Und auf einmal getötet wird. Ich weiß nicht, ob das noch etwas bringt. Ich bin mit Bewegungsreichweite. Irgendwie verschwindet. Komm schon. Komm schon. Da. Das ist mir nicht. Ich öffne, wie ich jetzt den Kahn. ich werde mal wieder zurück hier mein Geld aufgeben ist ja hier Was ist der Suche raus? Verdammt, ein Fehlschlag. Immerhin. Es könnte besser ein bisschen laufen. Okay, die Struz. Sehr schön. Ein schöneres Dunk. Giftmischer-Rumbo. Was ist der Unterschied? 1 bis 4 Gift-Schaden. Warum nicht? Wenn wir abgenommen haben, haben wir auch alle aus der Gehe. Wir haben uns auf gelungenen Netz. Das wird mal hier runter, vielleicht. Ach, lecker. Müssen wir uns noch irgendwo in Europa befinden? Kann man da runtergehen? Ich bin noch tief. So, Talent. Und das wird schwierig. Meister, schweren Rüstung. Es blockiert. Geübt. Fähigkeiten der Wahl. Waffenmeister. 4 Waffen der Wahl geübt. Wilder Angreifer, das klingt was. Wenn immer du einen Nahkampfangriff ausführst, führst du zweimal mit deinen Schadenswürfel. Und verwendest das höhere Ergebnis. Das klingt doch wie ein Barbaren genau richtig. Unterhalter, leichtfüßig, klingmäßig rustet. Und wenn der Angreifer ist, das klingt sehr gut. Nehmen wir. Nehmen wir. Oder die Schadenswürfel. Der Schadenswürfel. Das klingt so gut. Und das klingt so gut. Und das klingt so gut. Grund des Wahnsinns, das ist genial. Nö, das ist das mal so. Talent. Ritual. Ach, nö. Wir gehen nun wie zu Hexenmeister, das könnten wir machen an den zwei Zaubertricks und einen Zauber des ersten Grades aus dem Hexenmeister-Zauberliste. Jetzt haben wir irgendwas für... Momentar-Adapt. Was nochmal geht, Schauspieler, Ambrust-Experte-Stürmer. Ritualwirk könnte was werden. Ja, Methoden sprechen könnte was sein. Vertrauten finden langen Schritte. Sprung verbessern. Selbstverkleidung mit Tieren sprechen. Tieren sprechen... Weiß ich nicht. Nehmen wir mal das. Nehmen wir mal so. Hier bin ich mir auch noch nicht so sicher. Zauber. Jetzt brauchen wir hier eine Rüstung. Tavernenschläger, Schildmeister, Scharfschützer. Ich könnte auch ein Schild in die Hand drücken. Weg für die Hand drücken. Wachsam. Könnte auch passen. Plus 5 auf Initiative, kannst du überraschend werden Zwei Waffenkämpfer, das ist eher, das würde ich hier auf meinen Barbaren machen Konstitution am 1, maximal Werte 20 Du wirst bei langer Rede, bei kurzen Rast alle Treffpunkte zurück Das wäre doch was Konstitution auf 17, ja Er ist doch mit schweren Waffen Schwer gerüstet, dass der gute Rüstung trägt Stärkung 1 Es könnte das bringen Nehmen wir doch erstmal das Sie kann nämlich Rüstung tragen Mein Barbaren sollte nicht so viele Zu starke Rüstung tragen Kann fast nackig laufen Wenn der Träger einen Zauber wirkt, der Gift Schaden verursacht, bewirkt er zusätzlich Ja, das muss definitiv Das Tarant tragen Definitiv Dunkeller Rink Wir müssen einen besseren haben Wir müssen noch mal runter gehen Wir müssen uns schauen Ich muss Und durch den blauen Stein gehen. Da ist nur ein Stein. Dunkler Amethyst. Ich glaube das ist der geworben. Das alte Buch. Hat er nicht an sich genommen? Nein. Dann werde ich kombinieren. Der Buch ist festgelegt. mit kein visiblen Kabel, nur ein ovales Recess in der Kopfschmerzen. Was ist da, darfst du nicht rein? Amethysten. damit wirst du die Mulde im Einwand legen, genau das das Buch öffnen das Buch öffnen das Buch öffnen und etwas versucht zu reagieren also, das Buch öffnen das Buch öffnen das Buch öffnen das Buch öffnen und dann haben wir ja was verbrauchen schnell wieder raus hier bevor noch mehr Stunden kommen wo ging es denn hier raus? ah, noch eine Spende in unserem Grundeingang achso, die ist schon tot da irgendwo ah ja, irgendwo ah, hier jo ah, hier haben wir das abgehakt ein wichtiges wertvolles buch das war unser nächstes zerstörten laufen müssen wir noch ein paar sachen machen z.B. die Tür los na toll das schaffen wir doch eine 20 die Tür geht auf ach Was ist das, was ich hier passiert? Was ist das, was ich hier passiert? Ouch! dort ist hohe war ein bisschen explosiv große flasche holzgäste da ist nichts mit kurzschwert wenn wir mit künfer kaufen wir können das tarion ganz gebrauchen jetzt gerade nur durch wir haben ein kurzes schwert effektiver angegriffen hier kommt der gemälde hier ist auf kindliche art und mit dickeren kodestrichen gezeichnete linien auf die haupt stellen drei stichige figuren da ein goblin mit funken in den händen eine eckige manoeide figur und eine figur die wie ein elf aussieht und drei tragen eine einfache krone ein leichter hammer und eine streitaxt gegen ihre schwert ist hier nicht ein paar schlosskörperwerkzeuge nicht schlecht so dann gehen wir mal wieder hoch da gibt es nicht besonders viel mehr da gibt es nicht mehr da gibt es nicht mehr das passt so dann gehen wir nochmal auf das hier ein gegner schläft schläft erst mal schade da liegen wir bei ihnen im schlaf hatte nix dabei ich wollte die eier, sehr toll da gehen wir mit da müssen wir weiter hoch Fleisch Ach was, ich bin Barbar. Auf geht's. Ja gut. Ich bin Barbar, das krieg ich doch hin. Eine Schande. Schade ist vielleicht schon mal nicht mitnehmen. Dann mal hier runter. Ach ja, hier geht's dann weiter. Da geht's zu Carla. Speichert. Wir sollten erst mal ins Dorf zurück. Bevor wir hier auf André hinkommen. Ah, hier ist ein mysterisches Loch. Hinspuchen und die drin. Um. 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 das ist noch was tolles die holzluke führte hin auch zu dem spinnenbereich das ist eine schwere tue fliegt die blitzfüße das ist was jetzt treibt es ladung das vergehen ja was ich kann auch jetzt schwer rüstung so kommt sie eh schon da waren wir auch schon hier ist noch was zu tun dann haben wir das Dorf verledigt da ist das Skuppeln Camp gucken wir dann nach, wir können auch nachher hingehen Entschuldigung so viel dazu ich war nicht so bedrohlich nächster Kampf ich bin immer wieder aktiv Teleportation nicht schlecht ich wollte schon mal ein bisschen schaden der Ich bin Fury. Ich bin Tod. Hm, das hat kein Schaden gemacht. Sie muss ja nun mal wieder sein. Schade. Jetzt kommt er hier hoch. Fantastisch. Das ist ein Schaden. Das ist ein Schaden. Ich tippe mich auf an die uns nächsten Stellen. Nicht schlecht. Er ist auch noch nicht tot. Aber jetzt. Er lebt noch. Warte nicht durch die ätzende Säure. Was ist hier drin? Hm, ich glaube es ist ein Medaillon. Ich bin ziemlich verabschiedet. Ein gute Nachtsdurchdurchsidig macht mir Wunders. Ich weiß nicht. Klee Proviant haben wir jetzt erst mal. Armschienen der Verteidigung, Symbolwerk werden, du erhältst einen Bonus von bis 2 Fustungsklasse. Wir haben schon die Handschuhe der Macht, die sind schon sehr genial. Das ist jetzt Geschossfang. Das ist egal. Das könnte eher Geschossfang kommen. Was haben wir denn noch schweres drin? Blauposen. Ach, das war es schon. Das letzte Mal Buch, da können wir alle anderen Bücher reinpacken. Das ist irgendwann verkaufen. Das ist alles. so sind wir nicht Oder nicht? Nee, eher nicht. Dann kam beiher. Da bin ich jemanden dran. Nun wird es noch Karlachs Kupf. Ich meine... Wie wahrscheinlich ist es, dass wir das nicht tun? Hier geht es in den Hirnplan. Aber nicht Karlachs Stelle, oder? Das war woanders. Nee, hier geht es in den Sumpf. Woher läuft ich noch nicht hin? Ein Problem klären. Ich nehme jetzt erstmal hier oben hin. Glaub ich. Wir sind wie überhaupt. Wir sind ein Andermal-Skunk. Wir sind ein Andermal-Skunk. Wir wissen, Darmal. Hier waren wir. Und hier waren wir weiter. Und hier ist die Brücke. Über dem viel geschlagen. Ja. Ich liebe dich nicht, meine Hand zu schrauben. Ich brauche eine Schauflere. Eine Schauflere haben wir noch nicht gefunden. Das ist so großartig. Die Striebsstraße. Hier wäre es noch Pinot und so. Es ist so großartig. Ich bin ja richtig großartig. Ach, Chere. Ich bin eine Träne. Das ist so großartig. Die Kondition der Parasite. Sehr anders aus den Katzen. Aber ich bin dieüsse vor. Was kommt an das, ist so. Kafe ich zurück zu kommen, das muss ich rauskacken sein. Ich brauche einen... Nein, ich würde nicht... Und mit dem ich meine, dass ich ein ... Ich bin ein ... Bitte, bitte! Verworte mir! Ihr Hilfe könnte die Unterschiede zwischen Leben und Tod. Du bist ein von Gale. Und du kannst du etwas Schmerz aufreißen. It's inside of you, a mighty darkness radiating from your chest. You could try to push further, but your holdover Gale feels brittle. It won't be easy delving deeper without him noticing. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book bound and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods is it ever hungry. Keeping me in suspense, are you? Come on, tell me. Do we have an agreement or not? What you have seen, lets you tell me. It's a simple question, isn't it? What gives you pause? What? You used that thing against me and you saw? You had no right, none at all. I have a good mind to turn around and depart this little company of ours immediately. I'd rather be alone than spend another moment in the presence of someone inclined to such unjustified invasions of privacy. This is a lie and you know it. This is where we part ways. Geld verloren? Das ist ein bisschen scheiße. Das ist ein bisschen schlecht. Ähm, ja gut. Ich nehme doch Karla mit der zweite Barbarin und werde erst mal schlacken Herz mit. Gedankenschunde Parasiten sind klar. Schatten Herz. Ja, was soll es mal wieder abmachen? Oh, war ich in schweren Ständen? Was wiegt denn hier so viel? Was ist denn da, um zufrieden? Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Was ist denn da, um zufrieden? Machen wir das noch mal kurz, bevor wir wieder aufbrechen. Zaubert X, Flamme erzeugen, Klingeln, Licht, Tumel to deal. Talent, Erzählerin, muss ich erstmal mit dabei haben, Wächter, wie wäre das? Ich glaube, das ist ein Foto. 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 Und es ist ein Foto. Ich glaube, das 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 ist ein Foto. Das war gut. Ich glaube, das ist ein Foto. Ich glaube, das war gut. Okay, jetzt kann ich ihn angreifen. Der Rente hoch und der Vorrufthilfe. Fantastisch. Das war ja wohl nichts. Der Sebel ist mal dort entstanden. Fantastisch. Mein Geek noch. Das war ja wohl. 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 Oke, jetzt ist es unser loyales Name. Das war ja wohl. Das war ja wohl. Nicht schlecht. Das gehen wir schon hin. Das sind jetzt mal alle anderen dran. Und hoch hier. Und hier ist noch einer. Und hier sind wir noch weiter. Und hier sind wir noch weiter. Die haben sich mit dem Fett schon gelegt. Und hier ist noch weiter. 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 때her. Und hier ist noch weiter. Und hier ist noch weiter. Und hier rausfallen wir... Und hier mal. Das war jemals schon auch... Hehehe, das ist mir zu sehen. Es ist heiß! Gott, es funktioniert! Was hast du gesagt, Astarlas? Die Töten sprechen noch nicht zweimal. Sie ist zu stark beschädigt, aber verdammt, es darin stirbt. Gut, ciao Karla. Karla's Hosen. Wieder Handschuhe. Barbar und Kleidung. Ja, nehmen wir mal mit. Karla's Stiefel. Tja, ich war vorbereitet. Ich dachte schon, dass das so wird. Karla's sind fanatische Hosen. Gemütliche Kleidung. Ich hab kein Oberteil an. Ist als Barbaren in Ordnung. So, ähm. Das können wir dann loswerden. So, jetzt verbinden wir Balladen. Na dann gehen wir im nächsten Part die Leute im Haus dort abstarten. Und dann, ja, schauen wir mal weiter. Wahrscheinlich weiter ins kommenden Kern. Bis dahin. Oh Gott. Zierpartner in Kiron. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao. Ciao, ciao.